Die Umlaufgeschwindigkeit des Geldes ist die Häufigkeit, mit der die vorhandene Geldmenge innerhalb eines Jahres durchschnittlich umgesetzt wird. Die Umlaufgeschwindigkeit umfasst dabei sämtliche Zahlungsarten, wobei Barmittel relativ langsamer umlaufen als sich gut haben, die wesentlich häufiger für Zahlungen eingesetzt werden als das Bargeld mit zunehmender Tendenz. Vertiefte Definition Unter der Umlaufgeschwindigkeit versteht man das Verhältnis der gesamtwirtschaftlichen Summe aller in Geld bewerteten realen Transaktionen oder einer gesamtwirtschaftlichen Einkommensgröße zum gesamtwirtschaftlichen Geldbestand. Heute betrachtet man meistens eine Form der Einkommensumlaufgeschwindigkeit, bei der eine gesamtwirtschaftliche Einkommensgröße wie insbesondere das bruttonationale Einkommen auf den Geldbestand bezogen wird. Da es verschiedene Konzepte der gesamtwirtschaftlichen Geldmenge gibt, unterscheiden sich die verschiedenen Formen der Umlaufgeschwindigkeit auch nach dem benutzten Maß für die Geldmenge, mit als Abkürzung für das nominale Brutonationalprodukt und für die verschiedenen Arten der Geldmenge und mit und für die zugeordneten Umlaufgeschwindigkeiten gilt jeweils umstritten ist die Frage, welchen langfristigen Trend die Einkommensumlaufgeschwindigkeit des Geldes zeigt. Die Beantwortung dieser Frage hängt unter anderem von dem gewählten Geldmengen-Konzept ab. In vielen entwickelten Volkswirtschaften zeigt heute einen fallenden Trend. Für einzelne Nationen gab es aber früher Perioden längerfristiger Stabilität. Für wurde für eine Reihe von OECD-Ländern ein langfristig u-förmiger Verlauf nachgewiesen, zeigt teilweise einen steigenden Trend. Umlaufgeschwindigkeit der Geldmengel M1 in den USA 1959 zu 2012 Umlaufgeschwindigkeit der Geldmengel M2 in den USA 1959 zu 2012 Umlaufgeschwindigkeit der Geldmengel MZM in den USA 1959 zu 2012 Siehe auch, Quantitätstheorie, Umlaufsicherung und den USA contaminer von der Geldmengel M2 in den USA 1959 zu 2016 Siehe auch, Quantität in den USA podcast und der Geldmengel M2 in den USA und gespielt von der Geldmengel M1 in den USA Also gestern die Geldmengel M1 in den USA und der Geldmengel M2 in den USA